Bist du da hochgekommen? Ich bin direkt da einfach hochgerannt. Was? Ich rauss nicht. Hier. Direkt hier. Hier, hier. So? Da bin ich hochgerannt. Wie bist du da hochgerannt, Mann? Da, nein, da daneben. Einfach hier den Weg da hoch. Was? Da ist kein Weg, Mann! Also bei mir war es kein Problem. Ich da nur... keine Ahnung. Bin einfach da... ...kürzen gerade hochgerannt. Kommt's hier hoch? Nee. Was gibt's First Aid? Ja, dann... genau. Wir nutzen mal du und wir rennen in die Zone. Weiter links. Crony. Ah, jetzt. Hey, komm schon. Komm schon! Ich komm hier nicht hoch, Alter! Na, jetzt hab ich... bis dahin hab ich's und dann leh ich mich direkt in den Hallen. Ich komm nicht hoch! Kein Scheiß jetzt! Oh, Michi! Oh, Gott! Yes! Jetzt noch! Die letzten Schritte! Die letzten Schritte! Wie weit ist die nächste Zone entfernt? Schon ein Stück. Oh! Seid ihr gerade in der Schießerei? Jo. Nice! Rechts von uns. Besten... besten auf dem Berg oben. Ah, die nächste Zone kommt ja schon! Ich wollte ja eigentlich noch Penkill einschmeißen, das kann ich jetzt erstmal vergessen. Erstmal mitten aufs Feldrennen, offen für jeden Snipper. Sind wir schneller als die Zone? Ja, auf jeden Fall, Jungs. Hahaha! Oh, das ist Glücksschieb, das ist geil! Ja! Rechts von uns laufen welche den Berg runter. Ja, links krieg ich, äh, wird auf uns geschossen.